Hugo-Video, ne? Neues Hugo-Video, ne? Hungriger Hugo. Uxtuhudes, neuer Tierpfleger. Da können wir reingucken, das ist das neueste Video, ne? Vor vier Tagen. Digger, ihr habt eigentlich keine Bedeutung. Das sind Risse. Ey, jetzt mal ehrlich, aber denkt ihr nicht, dass Monte sich das schon dachte, als er das Tattoo gemacht hat, dass die Leute das sagen werden, Digger? Lach gegenwürdig. Was läuft? Was läuft? Nein. Bruder, das ist das erste, woran ich gedacht habe, als ich das gesehen habe. Aber das sieht nice aus. Komm, und zum nächsten Video. Wie alt können die werden? Back with the Reams. Ja. Boah, die haben einfach das chilligste Leben. Ich will auch so ein Tier sein, einfach. Gip packen, gib her. Hier, mein Diggerchen. Ich gucke hier nicht runter, ich bin hier aber jetzt oben, auch entspannt. Hat mich sehr viel Überwindung gekostet und ich werde auch wieder schnell weg. Wir sind hier im Wildpark Schwarze Berge, über den Dächern von der Fischbeckerheide. Wir können gerne ein Foto unten machen, aber nicht hier oben, bitte. Das ist ja, Bruder, das ist ja Bear Grids mäßig gerade. Habst du Angst? Ja, ich hab Angst, ich hab Höhenangst, genau. Ich nicht. Der 34-Jährige Marcel leidet schwer unter seiner Höhenangst. Das macht's jetzt gerade nicht besser, Kollege. Anna, ein bisschen verrückt sich nehmen, bitte. Ich nicht. Oha, das war ja echt voll hart wie ihn, ne? Ich hab mir zu viele Menschen gerade. Nee, ey, Brudi. Ey, da hüpft einer mit 15 Kilo rum, mit 20 Kilo und der hat Angst, dass ich ihn eingestürzt, oder was? Ey, come on, bitte, Bruder. Das ist genauso, weil man mit seinen Kollegen im Aufzug ist. Einer muss immer reinscheißen und rumspringen im Aufzug. Der muss immer den Aufzug dazu bringen, dass er stehen bleibt oder stecken bleibt, Bruder. Es ist immer das Gleiche. Er ist ein Richtig-Buch, der Aufzug ist ja auch nicht so Spaß, Digga. Er ist ein Richtig-Buch, der Aufzug ist ja auch nicht so Spaß, Digga. Er ist ein Richtig-Buch, der Aufzug ist ja auch nicht so Spaß, Digga. Er ist ein Richtig-Buch, der Aufzug ist ja auch nicht so Spaß, Digga. Er ist so ein Richtig-Buch, Bruder. Ist es bei uns in der Wohnung? Ja! Chat, was machen wir? Drücken oder rausdrehen? Ich hab's, glaub ich, kaputt gemacht. 15 R-Miles. No, just from the back. No, no, no. Okay, okay. Oh, oh, oh. Karen, Karen. Was ist denn jetzt los, Bruder? Guy, leave me alone. No, can you help me? Hey, die rennt hier hinterher. Die Apfel. Go. Delete the fucking video, man. Wow. Yo, Leute, don't be peace. Oh, my God. She's still following me. Oh, no. Oh, no. Run, Toy, run. This world is not nice for you. Ey, musst du geflüchten, Alter? Ist dir noch immer hinterhergerannt? Oh, nein. Yo, ey, ey. Try-Miles, Digga. Ey, ey. Warum denn so reingeschissen jetzt? Es war doch gerade alles super cool und lecker, Digga. Warum musst du denn jetzt... Ey. Jemand bei Kilian ins Team rein... Guten Hunger auf jeden Fall an alle, die am Essen sind. Ja, lass doch schmecken. Ey, was ist das eine Frau? Ich raste den komplett auf. Okay, jetzt kommt 2018. Irgendein Kind kommt, traktieren. Wer ist denn die dicke Frau? Was ist so passiert? Mein Nachbar steht unten und ruft nach oben. Gnädige Frau, ist das Ihr Anhänger von meiner Haustür? Gnädige Frau, hat er gesagt. Oh, ich muss kurz hier, Alter. Boah, ey, was ist das? Was geht denn heute ab hier, Alter? Was ist denn hier noch... Die besten Cosplays auf dem Hero-Fest. Guck mal, wenn man wieder hochgefahren kommt. Ey, es tut mir doch leid, Chat. Ich schwöre, ich wusste das nicht. Äh, morgen Herpes, danke. Ja, was soll ich denn machen? Wem cosplayst du? Guten Tag. Oh, ey, was ist denn los? Warum sind die alle so ekel aufzunehmen? Wie heißt die nochmal? Monte, oder? Keine TV Live. Ah, du kennst Rossi, oder? Der Alman, die Schwab ist hier. Was soll das denn schon wieder mit dem Bild? Was soll das denn? Moin. Ich bin Albana. Bitte? Ich bin Albana. Oh, das freut mich. Ja. Geh mal zur Albanien-Frage machen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber ich wünsche euch was. Bitte. Hättet ihr es eben im Chat aufgefallen, dass du durch die Maske trinkst? Oha. Der hat Maskenpflicht zu ernst genommen, Bruder. Er trinkt einfach durch die Maske. Ich kann auch rauchen dadurch. Papa, was los? Rauchen auch dadurch, Bruder. Rauchen auch. Ich bin voll heiliger. Geiler Drehzeit. Man hat das auch noch nie gesehen. Geiliger Drehzeit. Ah. Ich bin voll heiliger Drehzeit. Es kommt ein Laufrufer. Feuerwehrmann 생 ist unser Mann. Bruder, wie stark ist das Video gemacht? während der löscharbeiten an zwei wohnhäusern fiel den helfern am abend ein mann auf der als feuerwehrmann verkleidet vor dem brand dosierte ich finde alpaka ist auch richtig süß ich finde das sind einer der süßesten tiere wirklich wenn ich so ein riesiges grundstück hätte wird richtig viel platz damit ich mir auch alpakas holen so und da könnten die ja auch easy leben wenn das wirklich alles groß genug ist aber dumm ja aber voll sehr süß die haben mich angespuckt ja du darfst halt nicht die ärgern ich mache mir ein bisschen sorgen ist seit zwei oder drei wochen durchgehend online und spielt nur dieses spiel das ist echt krass egal wenn ich wann ich geguckt habe die letzten wochen auf twitch und über durchgehend wo wir am gründen wirklich tag und nacht oder egal wann ich geguckt habe und das gegenteil von gigant könnt ihr damit aufhören guten morgen in der alten arena wollte dass ich so drauf bin im stream dass ich nicht mehr weiß wo vorne und hinten ist wo geradeaus ist ich braucht ja seine zeit um auch wieder klar zu kommen hauptsache du bist live ja ja glaubt mir wenn ich wenn ich gerade aufgewacht bin oder müde bin dann kann man mich komplett in die mülltonne klicken leute das wollte ich nicht sehen das wollte ich sehen das ist die die aus der arena hier rauskommt das war er ist was nein oh mein gott stellt euch vor alter ich stehe auf und ich habe vergesst dass ich live bin und ich wie sag ich stelle ich vor ich stehe auf und nein nein ich muss das irgendwie ich muss das erstmal absichern guck mal bevor ich sowas mache würde ich erst mal zwei drei tage lang die kamera beim schlafen laufen lassen um zu gucken was ich im schlaf mache und wenn alles clean ist dann würde ich im stream sowas machen aber sonst nicht bruder das zeug was ich jetzt in der alten arena in minecraft haben wollte was redet er denn da bruder er ist doch voll ernst so als wäre er gerade in einem meeting oder so wo sparst du energie wegen der krise stichwort solidarität ich mache es aktuell so befriedige deine mom wieder mit der hand damit sie ihren vibrator nicht aufladen kevin reagiert auf riesengemüse meisterschaft peter glasberg ich komme in die hölle aber der aubergine opa sieht aus wie die vertrocknete oma aus spongebob sinus und cosinus nach x auflösen online mathe forum geil bruder ist nicht dein ernst hey hey bitte schau dir nova an hallo ich bin nova was denn das ihr das down syndrom was ich habe es noch nicht probiert was sie als er mich abgeholt hat auf dem weg nach köln als ich in deutschland war hatte eine weite flasche drin bruder und da waren einfach dinge hier ich konnte nicht mehr probieren bruder aber ich will das auf jeden fall noch probieren das ist ja auch das soll ja auch kein ding sein das soll ja auch kein kein eis design so wie ich gehört habe sondern wirklich nur so leichter geschmack ich habe es auf jeden fall noch nicht ausprobiert muss ich mal abchecken ist nur spaß der neue hamletons habt ihr es hier probiert haben sie leute probiert es ist vh vitaminwasser ja ich glaube viele haben halt erwartet dass es so ein saftes mäßig oder dass es echt stark schmeckt aber sie ist ja eh von anfang an dass sowas am geschmack ist darf ich deine pisse probieren warum schreibst du das lorian du bist mod von batzi wie kannst du sowas in andere chats reinschreiben schämst du dich nicht du sheriff siehst du kelp ich schieße mich jetzt mal ohne witz das kann doch nicht sein digger ist nur spaß der neue hamletons fehlbar ist ja das mod von batzi ist erklärt schon einiges aber amma ist nicht der einzige der auf dem feld zauber ich würde alles rasieren auf dem fußballfeld ich glaube gar nicht ich habe die kohle bruder deswegen würde ich niemals bei sowas mitmachen weil ich absolut keine ahnung habe alter aber eigentlich müsste man das wissen ich glaube grüne fdb und cdu ne brasilien nein china keine ahnung in brasilien china aber woher kommt er jetzt bruder was für brasilien china der ist ja komplett er hat ja komplett die ganze welt einfach der ist ja keine ahnung werden einfach alle länder verteilt genommen was ist ein hauptbestandteil von milch wie er ist der beste laktose oder wasser ach so ok und der biene maya du used to call me on my cell phone mario ah welches organ entgiftet auf das aufgenommene alkohol das wäre dann die nieren was die nieren ahaha er war ein taknis wiener wiener knossi welches betriebssystem stammt von apple boah ios boom 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 was los mann was los pok in den chat yuan qui 2 3 3 Nimmt nicht mehr Windows, nein, er nimmt auch noch Linux, Bruder. Linux. Geil. Äh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017